Wir haben jetzt viel so das Thema Wertschätzung gehabt, aber welche Möglichkeiten hat denn die Pharma-Wertschätzung den Patienten zurückzugeben, dass es für die Patienten auch gut ist? Also wir sind ja längst nicht mehr nur jetzt in der Entwicklung von Medikamenten irgendwo. Wir möchten mehr und mehr wirklich die gesamte Krankheit den Menschen verstehen und auch eben so Dinge wie mentale Gesundheit, solche Aspekte eben einfach mit einzubeziehen. Und was dafür notwendig ist, zum Beispiel da möchte eine Patientenorganisation, möchte eine einzelne praktische Organisation gründen. Auch dabei könnten wir helfen, könnten wir unterstützen, ohne da jetzt selber eine große aktive Rolle zu spielen. Aber wir könnten unterstützen, wir könnten einen Beitrag eben leisten. Aber wir können das auch bei Patienten direkt. Also Thomas hat eben in der Pause angesprochen, eben bei der Hämophilie ist es so, dass da Camps gemacht werden, dass man mit der Krankheit eben in der Community in Verbindung gebracht wird. Und sowas muss ja organisiert werden irgendwo. Sowas muss mit Informationen versehen werden. Und natürlich muss das durch einen Filter irgendwo. Ich kann das verstehen, dass dann auch gesagt wird, naja, welche Interessen hat denn die Pharmaindustrie wirklich, wenn sie sich dort engagiert? Aber wir können uns und wir möchten uns da engagieren. Und manchmal ist auf den zweiten Blick mehr möglich, Wiebke, als vielleicht am Anfang, wo man sich noch gar nicht kennt und meint, naja, was kann die Pharma da letztendlich leisten? Ein Gespräch mal darüber und könntet ihr dort unterstützen? Oder dort kann vielleicht was sichtbar machen, was auf den ersten Blick nicht da ist? Vielen Dank.